Ja, um was geht's heute Abend? Wir wollen euch eigentlich A Blaze präsentieren. Sie haben uns hier verschiedene Sachen überlegt. Es wird sicher viele Überraschungen geben. Und ja, ich muss sagen, ich wünsche euch viel Begnügen bei den nächsten zwei Stunden. die abbiamo im 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 Musik 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 Ihr dürft jetzt exklusiv bei der ersten Zehnetaufi von A Blaze dabei sein und wie das Ganze klingt, dürft ihr jetzt live miterleben. Viel Spass geniessen! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018